Musik Willkommen zurück liebe Abonnenten und die die es noch werden wollen Hier ist euer Tony Totschläger auf Tony Totschläger TV Mit der dritten Karrierefolge hier in UFC 2014 Ja mit unserem Boxer Doktor Knochenbruch aka Adolf Knochenbruch Und wir starten hier direkt in den nächsten Vorrundenkampf Beziehungsweise in den ersten nicht in den nächsten Der andere war wahrscheinlich nur zur Qualifikation Den haben wir auf jeden Fall erfolgreich gewonnen Ja und wir wollen hier unsere Skizze natürlich wieder unter Beweis stellen Ah wir müssen vorher hier aber ein Training machen Wurde auch wieder kurz was gezeigt Dürfen wir nicht zeigen Verboten Verteidig dich mit Blocks und Abwehrreaktionen Lass dich nicht ausknocken Alles klar Sehr schön Komm Sehr schön Sehr schön Adolf Schimpf blocken Oh Master super Wollen wir bis jetzt noch gar keine Angst haben Dass er uns hier ausknockt Haben schon genügend Punkte hier geholt Auf jeden Fall Kleines Training vorm Kampf muss sein ne Wenn der Gegner kommt hier Wissen ja nicht aus welchem Holz der gestrickt ist Oh schon 1400 Punkte hier Sehr schön Es gibt auf jeden Fall den schwarzen Gürtel hier für uns Stand fortgeschritten Arbeiter mit fortgeschrittenen Standtechniken und Kombos Okay Punches sind effektive Angriffe aus kurzer Dette Boxen Mit einem aktiven Trainingspart Treffen mit Punches bringen dir Punkte Okay Komm schon Sehr schön Sehr schön Nach hinten ist Uppercut auf jeden Fall Na komm Schlag doch Sehr schön Na komm Los Wir müssen ihn doch auseinander nehmen Boah der geht aber auf Deckung hier Sehr schön Weiter so Weiter so Boah Ja wir müssen irgendwie immer Zu lange warten bis er mal irgendwie Ein Punch bringt Weiter so Weiter so Nur noch 10 Sekunden Ja was soll ich machen Der braucht so lange Bis er mal zuschlägt Damit ich ihn blocken kann Und Boah schöne Kombination hier von uns Auf jeden Fall Was und da haben wir nur so wenig Punkte für gekriegt Ah das ist leider nur der braune Gürtel Aber wir versuchen es noch einmal Wollen ja den schwarzen Gürtel haben Sehr schön Boah Bam Was Ich treffe doch ganze Zeit alter Gibt ja kaum Punkte Sehr schön Sehr schön Nimm die Fäuste hoch Adolf Ja der guckt ja nur so komisch Oh Boah Da hat er uns aber einen harten Treffer am Kopf gelandet Sehr schön Sehr schön Und jetzt einen mit links 12 Sekunden Komm Jetzt gib ich ihm eine Kombination Oh er darf uns nicht ausmachen Sauber Haben wir die 1000 Feuer Diesmal ist der schwarze Gürtel bestimmt Sauber Da haben wir ihn geholt Den schwarzen Gürtel Arbeite an deinen Kicks Kicks zum Körper verursachen Schaden Und kosten deinen Gegner Ausdauer Hat der E2 gedrückt Um den Körper deines Gegners zu attackieren Alles klar Achso das kriegen wir wieder vorgegeben Bis jetzt haben wir überall den schwarzen Gürtel auf jeden Fall Das ist auf jeden Fall top Oh nein Habe ich den falschen gedrückt Man muss dazu sagen Es ist auch schon spät Aber ich will euch Schon ein paar Videos produzieren Damit euch nicht langweilig wird Damit ich auch mal ein paar mehr hochladen kann Gleichzeitig Das heißt gleichzeitig hintereinander Mit die mal ein bisschen schneller kommen Ich will euch ja nicht so alleine lassen Tony liebt euch doch auch Zack 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 Das hätte ich aber schneller machen können Eine Menge Zeit verloren hier Kommt schon Nein Jetzt habe ich den falschen gedrückt Oh Gerade Nee Das war nicht rechtzeitig Aber machen wir nochmal Ah da siegt die Müdigkeit Bisschen langsamer am Start gerade Zack Kommt schon Jetzt müssen wir die Kombination hier ein bisschen schneller rücken Das dauert immer so lange bis die nächsten kommen hier Da los EA Was da los EA Sports Brutales langsames Game Zack Zack Ja du Eierkopf Mann Alter Reg mich nicht auf Ich mach schon so schnell wie ich kann Was schreist du denn da von da hinten so Unglaublich Runde ist fast vorbei Bla 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 So Diesmal haben wir es ohne Probleme geschafft Kurz ein bisschen konzentriert Erzielte Punkte 174 Insgesamt Sauber Sehr schön Oh da können wir gleich hier ein paar Sachen verteilen Mh Auf was wollen wir unsere Stärken denn legen Ist alles schon gut verteilt ne Aber wir legen unsere Sachen hier erstmal auf Stand würde ich sagen Hier Kick Geschwindigkeit ist echt lame Das ist nicht so viel Stärke der Beine Oh warte das war glaube ich ein bisschen zu viel Stärke der Beine ein bisschen Hm Ah ich hätte da lieber auch noch ein bisschen was dazu gepackt Aber egal wir lassen das so Ja ja speichern bitte Und dann denke ich mal werden wir jetzt in den Kampf geschickt Unsere Kicks mal ein bisschen mehr Ballern Alter Ein bisschen verstärken Ein bisschen schneller gemacht die Kicks Ist auf jeden Fall wichtig Wer weiß wer unser nächster Gegner ist Ah der Adolf wird das schon irgendwie regeln Ich bin auch ein bisschen krank Aber egal Wollen wir mal nicht rumheulen hier Die Videos für euch die müssen sein Ja macht das weg Drücken wir hier alles weg Ach hätten wir nicht wegdrücken müssen Wollten wir nur nochmal unsere Werte hier sehen Und seine auch Egal dafür ist jetzt zu spät auf jeden Fall Sauber Schön ausgewichen hier Richtig schön ausgewichen Gib ihn Müsste aufpassen Na ja da unsere Ausdauer ist schon nicht mehr die beste Bam Voll ins Gesicht gelatscht Boah Hat uns direkt hier gut getroffen Gib ihn die Kombis Schöne Kombination hier Bam Schön Sidekick gemacht hier Toll Das nervt uns hier der Computer damit auch ab Ah da drehen wir uns direkt hier ein Alter Und jetzt boxen wir ihn mal Junge da hast du selber Schuld Du brauchst dich hier gar nicht befreien Jetzt hast du selber Schuld hier Was ist mit dir los Was ist denn Was ist denn Was ist denn Was ist denn los mit dir Boah Da hat er uns gedreht Nein man Warum geht er dann immer in die Reiterposition Junge Mit ihm los Boah Da müssen wir auch auf jeden Fall Zuhauen Boah Voll auf den Hinterkopf Junge Komm mal klar hier Komm mal klar So Zack Gerade noch rausgekommen hier So Adolf Geh raus da Geh raus da Mein Gott da Alter Was ist mit ihm denn los man Er unterbindet das die ganze Zeit hier Boah Mit beiden Fäusten haut er uns hier Mann Lass uns doch hier raus Ich komm hier nicht raus Ich komm einfach nicht raus Er blockiert das die ganze Zeit Schön geblockt Jetzt aber Ah da komm ich jetzt auch Das darf ich nur nicht immer vergessen So wie jetzt gerade Sauber Sehr schön Oh Mann Wieder nicht Komm hier einfach nicht raus Die Runde gewinnt der 1A hier Jetzt müssen wir ihm ja mal Ein paar Schellen geben So kann das hier nicht weitergehen Mein Freund Lauf mal nicht weg Mit dir los Bam Schön ausgewichen hier Ah Haben wir wieder übel kassiert Komm jetzt Oh Mann In der Runde waren wir richtig schlecht Er macht schon irgendwelche Faxen Körperklaus Da bin ich aber enttäuscht Jetzt drücken wir auch mal direkt weiter hier Wissen dass er die Runde gewonnen hat Jetzt müssen wir hier aber ein bisschen mehr reißen Auf jeden Fall Krass ey wie schnell meine Dings gleich immer weg geht Komm her Bamm Schöner Uppercut Ey Komm wir treffen ihn nicht Obwohl wir ihn da Kicken Kann das sein Er schreit voll Ground Attack Ground Attack Ich hab's doch versucht gerade Was Gezehrte Punches Haben wir ihn schön aussteigen lassen hier Ah ich bin schon zu müde Alter Krieg hier gar nichts mehr Gar keine Reaktion mehr Ah jetzt Wir weichen ihn die ganze Zeit aus ey Wie kann das sein So schöne Kombos gegeben Mein Gott Alter Wir treffen ihn einfach nicht Boah Da hat er sich aber einen eingefangen jetzt Komm Lad schon mal zu Er ist schon voll langsam Andere Seite Bam Ah Gut der ist angeschlagen Bam Nochmal Lass ihn nochmal aufstehen Und nochmal Jetzt gib ihn Gib ihm böse Ich hab ein gutes Gefühl gerade Boah Der hat auch gesessen Jetzt müssen wir ihn aber verprügeln Ey Der geht gar nicht down Alter Ne 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 mein Freund So nicht Alles klar Jetzt machen wir hier auf jeden Fall die Submission Komm schon Komm schon Da haben wir ihn diesmal Eine Submission haben wir geschafft Also Eine Stufe Komm schon Ah will aufstehen Boah was macht er da Ganz klarer Sieg Ah da wird seine Submission Ah da wird seine Submission gezeigt Ah ich weiß es nicht Ich hab ihn ein paar Mal niedergestreckt ne Aber hier Adolf feiert sich schon zu hart Voll die Bildspringer ey Was geht da ab bei ihr ey man Ah man wir haben verloren Ich glaub es nicht Wir haben verloren Ja Rückkampf ne Sollen wir mal machen Nochmal Das will ich auf jeden Fall nicht beenden Ohne dass wir ihn hier Gezeigt haben Chabos wissen wer der Adolf ist Was ist denn die Deckung lernen Hochzunehmen ey Nimm die Deckung hoch Sehr schön Komm schon Ah Nein Nein Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Habe ich gesagt Sauber Vielleicht wieder befreit hier Damit Punkte Gleichstand ist In der Sache Machen wir mal dasselbe hier Geben wir mal ein paar Boxer Unterbinden Dass er hier aufstehen kann Was denn hä Was denn Diesmal wollen wir hier nicht verlieren Diesmal werden wir kämpfen Mein Freund Diesmal kämpfe ich Ah Ah Typ Oh nein 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 Das ist überhaupt gar nicht gut Was gerade passiert Das ist überhaupt nicht gut Sehr schön Aufstehen Sehr gut Sehr gut Sehr gut Jetzt werde ich gerade wach Jetzt wollen wir ihn ja Jetzt wollen wir ihn hier kriegen Bam Oh ey Der währt die immer ab Mann Wie kann er denn Im schlagen Alter Wenn er gerade schlägt Den dann noch abwehren Alter Das ist bei ihm falsch Komm schon Komm schon Du musst das gewinnen Adolf Und jetzt 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 Nein 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 Das darf gar nicht passieren Alter Bam Jetzt müssen wir aufpassen Unsere Ausdauer ist weg Ey Kommt gar nicht wieder Jetzt ist sie wieder da Ah Schöne Treffer Nein 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 Ah Shit Das war überhaupt gar nicht gut Sehr schön Schön geblockt Müssen ihn hier Zwingen Seine Deckung aufzugeben Muss man lernen Hier ein paar Körpertreffer Auch anzuwenden Bam Da haben wir nämlich Sein Gesicht frei Komm Jetzt holen wir uns Den entscheidenden Punkt Hier noch Buff Machen wir nicht aggressiv Junge Ich bin Zombie Killer Alter Oh Adi geht's nicht gut Sieht schon wieder Hart angeschlagen aus Hier müssen wir wieder Den Nacken kühlen Normal ready Macht der Typ denn da Oh ja Seine Ausdauer ist Nicht mehr so fresh Ah der ist gut ey Voll schwer gegen den Ah ich finde wir Schlagen uns diesmal besser Als beim ersten mal Und seine Ausdauer Ist auch gerade Nicht mehr so top Oh da ey Komm Mach hier schön Die Körpertreffer Nein 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 Oh man Ich hab's doch Geblockt Junge Reg mich nicht auf Alter Du lässt mich hier schön Aufstehen Kaspar Junge Aber wenigstens Hab ich das jetzt Gepeilt Dass man Wenn man auf dem Boden Ist Beim Aufstehen Auf jeden Fall Auch Diese Blocks Mit Dreieck Und so machen muss Was auch Nirgendwo erklärt wurde Nochmal danke In den Kommentaren Du hattest doch recht Du meintest das wahrscheinlich So jetzt haben wir aber Die Chance Sauber Da hab ich meine Chance Genau gesehen Bam und da ist der Uppercut Der hat gesessen Jetzt muss man nur noch Auf ihn einprügeln Ey Lass mich los Lass mich los Komm Jetzt ist er auf jeden Fall Angeschlagen Brauchst du hier gar nichts Versuchen Jetzt geben wir ihm die Kicks Hier die er verdient Ach Komm 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 Nimm seinen Kopf Runter Nimm seinen Kopf Runter Damit hat er gut Zeit Gewonnen Ne Gucken wir uns hier noch Einen entscheidenden Punkt Hat nicht geklappt Boah Der hat auch gesessen hier Der Taumel da wieder Sehr schön Sehr schön Gleich runter hier Wieder Boxer geben Sag mal Sonst geht's bei dir noch Oder was Komm schon Komm schon Ah Nein Sehr schön ausgewichen Aber da kloppt er uns Einfach auf den Boden Ich glaub's nicht Mann Nein Nein Das ist doch nicht Wahr Alter Wir waren viel besser Mann Ich kann es einfach Nicht glauben Er hat uns einfach Ausgenockt Mann Er hat auch einfach Die Deckung Nicht mehr hoch Genommen Oh mein Gott Alter Wie wir da zu Boden Gehen Ey Ist das traurig Damit ist die Folge Hier jetzt auf jeden Fall Erstmal beendet Und ich würde sagen Wir starten bei dem Kampf Dann nochmal In der nächsten Folge Ja Schade Krass Da bin ich aber echt Krass Gerade enttäuscht Weil Was Was war das Alter Was war das Shit Richtig unverdient Alter Du wichser Mann Verpiss dich bloß Alter Egal meine Freunde Trotz dieses Ja weiß ich nicht Der erste Kampf war scheiße Alter Zweiter Kampf Hatten wir auf jeden Fall Die Oberhand So Ein kleiner Fehler Da ein bisschen Wieder nicht aufgepasst Da waren wir weg Und ich würde mich Trotzdem freuen Wenn ihr dem Video Daumen hoch geben würdet Und ich wünsche euch Dann auf jeden Fall Noch Eine gute Nacht Einen schönen Abend Wenn ihr das auch immer Guckt Einen schönen Morgen Haut da rein Tschüss Und ich wünsche euch